Herzlich willkommen bei Family Immobilien, Ihrem kompetenten Immobilienmakler in Bremen und Umgebung. Sie wollen ein neues Objekt erwerben oder Ihre alte Immobilie zum Verkauf stellen oder vermieten? Wir sind Ihr idealer Ansprechpartner in den Bereichen Kauf, Verkauf und Vermietung. Überlassen Sie unseren erfahrenen Maklern die Suche und Vermarktung neuer und alter Objekte. Gerne ermitteln wir auch den Wert Ihrer Immobilie und übernehmen die Weitervermittlung an potenzielle Käufer. Unsere versierten Makler stehen Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, damit Sie Ihre Immobilie in guten Händen wissen. Wir freuen uns auf Ihren Auftrag.